Mit diesem Video heute möchte ich euch gerne neue Reisenideen geben für euren nächsten Urlaub. Diese Reisenideen sind basiert auf den großen Reisetrends von 2024 zusammen mit meiner persönlichen Meinung beziehungsweise die Regionen, wo ich denke, es gibt die schönsten Hotels in Europa. Und warum Europa? Weil ich finde, in Europa haben wir alles, was wir brauchen. Es ist klar, dass in Seychellen, Mauritius oder in Kariben gibt es unglaublich schöne Trends und Hotels. Aber für mich, ich muss nicht mehr weg von Europa, wenn ich schöne Trends finden will oder krasse Hotels. Dann lass uns anfangen. Ich möchte gerne mit meinem Land anfahren, also Spanien. Ich komme aus Barcelona. Und für mich, es gibt nichts schöneres als die Balearischen Inseln. Und ich rede noch nur über Mallorca, was ihr sehr gut kennt, sondern besonders über Menorca oder Forventera. Ich würde euch empfehlen, Menorca anzuschauen. Für mich ist die perfekte Insel, weil es ist nicht so touristisch. Die Strände sind für mich ein Paradies. Da gibt es wirklich schöne Hotels. Kleinere Hotels, schöne Design-Hotels, Boutique-Hotels, aber auch größere Hotels, wenn man möchte. Ich fahre von Deutschland nach Barcelona mit dem Auto. Und von dort gibt es jeden Tag mehrere Ferrys, die nach Menorca fahren, vor allem im Sommer. Deswegen, man könnte das machen, wenn man so möchte. Und dort könnte man das Auto haben, Berlin-Menorca. Man braucht unbedingt ein Auto. Ich habe übrigens einen Reisetipp-Menorca-Video gemacht. Und auch meine Hotele-Empfehlungen könnt ihr gerne anschauen. Meine große zweite Top-Empfehlung ist Kroatien und zwar Istrien. Also ich finde die Region unglaublich schön. Es hat wirklich coole Dorfe wie Pula, Rovinik. Ich hatte schon ein bisschen Bias, weil dort habe ich meinen Highlights-Antrag bekommen. Aber unabhängig davon, es ist wirklich eine wunderschöne Ecke. Die Strände sind dort eher steinig. Die Baza ist wirklich transparent. Und es gibt da auch extrem gute Hotels. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne anschauen, weil da gibt es wirklich alles Mögliche eigentlich. Wir waren auch dort oft in Campings in Kroatien, in der Region. Aber es gibt auch richtig coole Hotels, auch Familienhotels könnt ihr gerne anschauen. Man kann tatsächlich fahren von Deutschland nach Istrien. Man spart schon einen Flug. Und Preisqualität finde ich immer noch okay, obwohl es auch teurer geworden sind die letzten Jahre. Mein dritter Tipp wäre, nach Portugal zu gehen. Und zwar in die Region Al-Gabre. Das ist auch wieder eine krasse, schöne Ecke in Europa. Man kann richtig gut banden da, die Natur erleben. Man ist in der Atlantik, muss man schon sagen. Das Wasser, es ist deutlich gälter als im Mittelmeer. Aber die Strände dort sind mega cool, mega schön. Die Landschaft ist spektakulär. Und da gibt es richtig schöne Hotels. Ich werde übrigens ein Video dazu machen. Ich habe gemerkt, in meinem YouTube-Kanal, es gibt noch nicht keiner davon. Dann, wenn wir über Gesundheit und Wellnessreisen denken, gibt es meiner Meinung nach nicht besseres als die Hotels, die wir haben in der Region von Deutschland, Österreich und Südtirol. Die drei Regionen sind unglaublich gut. Die Hotels sind fantastisch. Ich habe mehrere Videos dazu in meinem YouTube-Kanal. Besonders in Südtirol gibt es wirklich unglaublich schöne Hotels. Das ist ein bisschen mehr in Südtirol. Das Wetter ist noch ein bisschen besser. Diese Mischung von Italienisch und Deutsch finde ich klasse. Das Essen zum Beispiel ist ein Tick besonderes. Auf jeden Fall die Region top. Und der letzte Tipp ist Griechenland. Also ich finde Griechenland, sowohl Festland und Insel ist top. Im Festland zum Beispiel, ich finde wunderschön, die Region Peloponnes und die Halbinsel Kalkidiki. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Hotels. Zum Beispiel die Kette Icos oder Sunny Beach ist dort. Also richtig wunderschön. Man muss nicht immer in die Insel gehen. Da gibt es wirklich ganz coole Hotels, coole Atmosphäre. Das Essen ist wunderbar. Die Ambiente, die Menschen sehr sympathisch. Ich liebe das. Und klar, in Griechenland gibt es unglaublich viele schöne Inseln. Wenn ich mit ein paar bleiben würde, würde ich Kreta, Kos und Rodos sagen. Aber es gibt wirklich so viele. Ich würde in jeder von den Inseln stoppen und Urlaub machen, wenn ich Zeit hätte. Generell gesprochen, in Griechenland gibt es richtig gute Hotels. Ich habe viele Videos darüber. Ich habe auch ein Video über die Besthotels in Kreta, in Rodos. Könnt ihr auch gerne anschauen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, falls ihr ein paar neue Ideen wolltet für euer Urlaub. Ich habe keine Geheimnisse erzählt. Einfach nur vorgestellt, was ich denke, sind sehr gute Orte in Europa, wo schöne Hotels gibt und nicht so weit von Deutschland sind. Ich tendiere mich immer in dem Sud von Europa zu fokussieren. Und ich weiß, auch im Norden, in Holland, Schweden gibt es unglaublich gute Hotels und es ist auch ein super Ort, um Urlaub zu machen. Ich tendiere immer, die Sonne zu suchen. Deswegen habe ich in dem Fall eher über den Urlaub am Strand gesprochen. Aber mehr Videos kommen, deswegen stay tuned. Vielleicht könnt ihr mich inspirieren mit anderen Orten, wo ich noch nicht war oder noch besser sind. Gerne könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Vielen Dank für das Hören und bis bald. Ciao, ciao.